Liebe Grüße aus dem verregneten, ekligen Stall. Es regnet, passiert heute nichts. Ich misse sie jetzt und dann gehe ich wieder. Habt ihr auch schon so einen schönen See in eurem Stall? Nicht nur im Stall, nicht nur im Stallsee, sondern auch hier. Also... Therme... Thermebad... Das Brüßen. So gut, dass wir hier so Wasserrillen haben, wo das Wasser abfließen kann. Und dann würde dieses Wasser hier, dieses Wasser hier, dieses, da auf dem Platz stehen. So gut. So gut. So gut. So gut. So gut. So gut. Na ja, meine Füße sind eh schon was. Die frisst nur. Schau auf die Frist. Hier kann man doch schön diese Füße heben kann. Sie schubtig. Schau mal an. Ja, nicht ganz geil. Reiten ab sofort nur noch in Pfützen wie dieses Tier. Also wenn es regnet, reiten wir hier Wolken, Seitengänge, Galoppchioretten in Pfützen. Dann werden sie die Füße anzeigen. Hast du gehört? Also schnurpen lieber wieder. Geht's hier mit schnurpen? Was macht ihr eigentlich? So, kommt jetzt. Pfützen endlich.